jawoll der dax über 10.000 endlich wieder nachdem er ja ganz schön letzte woche noch mal eingebrochen war war es letzte woche tatsächlich wir sehen dass hier noch so halbwegs am 25 da hatten wir schon mal ein so ähnlich hohes niveau wie wir das jetzt auch aktuell hatten aber der markt hat das ganze nicht gehalten wir sind zwar über der 10.000 knapp unterhalb eröffnet knapp drüber gestiegen noch nicht über das neue hoch hier hinaus aber was macht er denn jetzt was soll denn der krampf wird sich der ein oder andere denkende dax als index zumindest mal hier auf abwägen auf der abwärtsseite und das ist eigentlich genau nicht wie wir uns das vorstellen im gegenteil für all die elgitwellen freaks da draußen sieht das ein bisschen aus als ob wir hier ja so eine art fünffälle haben und jetzt aktuell hier in der gegenbewegung sind das wäre ein klassisches bild das muss nicht genau so kommen wie wir das jetzt hier haben aber der deutliche abverkauf den wir hatten von unseren hochmarken hier knapp unter der 10.100er marke oder an der 10.100er marke der ist so deutlich so impulsiv dass man zumindest mal die laune am bullischen markt verloren hat da hilft dann auch nicht dass wir hier vorne doch eigentlich ganz gut unterwegs waren das ist das wenn sich das fast genauso schnell wieder abbaut und das würde ich hier den nagel in die wand hauen dass das hier der fall ist dann ist zumindest mal hier diese stimmung erst mal rum und das ding erst mal passé das heißt nicht dass der kurs nicht noch doch noch nach oben kommen kann ich halte das für gar nicht so unrealistisch dass der kurs das tut allerdings die frage ob er das dann unbedingt jetzt dann macht direkt oder ob wir dafür noch ein bisschen brauchen trotz alledem der hinweis im stundenschart muss man sagen gefällt mir das immer noch nicht so schlecht was wir hier sehen denn diese fünffällige argumentation die ich ja immer ganz gerne führe die scheint ja hier ebenfalls hier irgendwie zu gelten also ich kann mir vorstellen den schlenker hätte ich fast gar nicht zeichnen soll kommen dann machen wir es gerade noch mal hier um nicht so sehr zu verwirren diese argumentation solange das hier nicht überschneidet und wir sehen dass diese und die aktuelle korrektur im moment noch überlappungsfrei ist das ist eigentlich ein klassisches bild und macht einen guten eindruck hier auch auf dem weg nach oben denn die abwärtsseite die wir bisher haben hat jetzt gerade mal so halbwegs des 38 20er erreicht noch nicht ganz und dementsprechend das sieht doch nicht so schlecht aus ganz hässlich gezeichnet von mir aber der tenor ist klar wir sind auf einer bullischen gegenbewegung zu erwarten entsprechend irgendwas bärisches mal als kleine korrektur das ist jetzt nicht ein super drama was wir hier zu erwarten haben zumindest mal in dieser instanz warum müssen wir das nicht erwarten naja rechnen müssen wir immer damit und sei es nur eine ausnahmesituation aber typisch wäre das nicht denn ein anstieg den wir hier haben der ist dann selten so allein das ist nicht wirklich typisch da kommt normalerweise noch mehr es gibt einige ausnahmesituation das passt aber in meinem fall hier oder in diesem fall nicht in meinem fall der fall gehört uns allen hier wir haben alles spaß daran hoffe ich zumindest mal ist das eben eher typisch dass wir noch mal mindestens eine unterbrechung bekommen und dann noch mal weiter nach oben gehen und dann wird sich es entscheiden ob der kurs so läuft oder so bitte nicht an dieser marke aufhängen jetzt aufhängen bitte nie aber die ist jetzt willkürlich gewählt das hängt von vielen faktoren ab wie weit geht das hier runter beispielsweise aber irgendwo in diesem bereich so klassisch 50 bis 61 8 da wird viel entschieden und dann werden wir sehen wie es da weitergeht insgesamt also durchaus positiv allerdings erstmal beschränkt ich muss ganz ehrlich sagen jetzt long zu gehen puh also erstens nach diesem abverkauf fällt das sowieso nicht so sehr leicht zweitens wie wir gesehen haben wir sind an der 38 20er marke das ist eh so ein klassiker als ein widerstand und wenn man hier mal guckt dann haben wir sogar noch so ein zwischenwiderstand aus dem tief was wir hier hatten im dezember weihnachten 2018 das alleine ist jetzt nicht entscheidend aber es sind alles so viele faktoren die einfach sagen wo wollen wir wirklich jetzt oder machen wir ein päuschen das heißt die long seite ist eher was für diejenigen die mal schnell rein raus danke maus machen wer aber längerfristig da drin sein will für den ist das im moment glaube ich nicht der richtige punkt da kriegen wir das noch mal günstiger wenn der kurs noch mal nach unten kommt wer ganz kurzfristig unterwegs ist der freut sich möglicherweise über was wackeliges nach oben um die abwärtsseite noch mal zu spielen das können wir uns noch mal alternativ für den dow jones angucken das bild grob das gleiche aber für all diejenigen die heute abend eben noch aktiv sein wollen sicherlich spannend hier einen blick drauf zu werfen ebenfalls dieser schub nach oben und ich habe das hier mal angedeutet eigentlich so ein rücksetzer den wir jetzt bräuchten der typisch der klassisch wäre müsste eigentlich in diese kiste rein die haben wir hier noch eingezeichnet da war er noch nicht sagen wir mal so statistisch gesehen wäre das der klassiker jetzt wissen wir auch dass der markt nicht immer der statistik folgt aber es wäre nicht untypisch ob das übrigens von jetzt an schon passiert oder ob der markt tatsächlich erst noch mal ein klein bisschen höher kommt und danach dann darunter plumpst auch das weiß ich natürlich nicht aber bevor ich hier unten drin bin bin ich nicht amused um hier einzukaufen das finde ich dann noch nicht so sexy um da dabei zu sein das heißt ich möchte noch mal dass der kurs unter diese kiste fällt dann haben wir zumindest mal statistik gesehen die lacher auf unserer seite es bleibt also spannend wir haben so eine einschätzung okay nach oben ein bisschen noch erstmal möglich danach der rücksetzer sehr typisch beim dax beim dau wie soll es auch anders sein relativ ähnliches bild dann allerdings tatsächlich eine realistische chance dass der kurs sogar noch mal einmal wieder nach oben kommt sogar sage ich naja wie auch immer aber dass wir dann so einen anstieg eben noch mal bekommen da hat sich gar nicht so viel charttechnisch aktuell geändert insofern das mal mit auf den plan halten in diesem sinne hoffe ich dass das ein bisschen eine hilfe war eine anregung auch ein bisschen staunend auf den markt zu gucken es ist so schön was der markt im moment macht auch aus charttechnischen gesichtsgründen auch wenn man sagt naja die welt ist doch jetzt alles ganz anders nicht ganz ein bisschen ähnlich wie sonst eben auch scheint der markt sicher doch noch zu verhalten in diesem sinne toi 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 wer spaß an mehr hat hier beim trade des tages anmelden bei trade to go anmelden und dann eben informationen regelmäßig hier ebenfalls erhalten ich drücke allen die daumen dass jeder gesund bleibt und jeder viel spaß an den märkten hat in diesem sinne alles gute